Und damit meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von WMT2. Wir müssen gerade noch ein bisschen warten, bis sie nicht mehr zu uns kommen. Wir haben uns dämlich geopfert letzte Runde, um ein paar mehr Coins zu bekommen. Aber es ist in Ordnung. Wir haben 200 Coins, glaube ich, bekommen, aber dafür unsere arme Bombe verloren. Das ist halt das Traurige gewesen. Naja, traurig. In Anführungszeichen traurig. Irgendwo da unten stehen wir ja schon. Sollten wir kein großes Problem haben. Ich hoffe, dass es den Mates hinten auch ganz gut geht. Wir können ja aber zu den durchwechseln. Und den ein bisschen durch, ein bisschen zugucken. Ich muss gerade sagen, durchgucken. Ich hoffe, dass hier alles ganz gut läuft. Vor allem auch, weil hier so viele Ruckraten gerade unterwegs sind. Und Specials. Wo ist gerade die Bubble hingeflogen? Wir gehen straight nach oben. Nice, nice. Oh, armer Viktor. So. Viktor hat gerade noch einen schönen Slash abbekommen vom Storm-Burban. Und hier auf Cutter kostet das ja ordentlich Leben. So, wir sind irgendwo hier unten. Oh, wir sind hier sogar richtig nah gespawnt. Das ist ja richtig, richtig nice. Das ist ja richtig nice. Ja, ja, jetzt kommt ein Tod mich hoch. Nice. Dann. Dankeschön. Und mal die Buddy hier weg. Okay, die wollte ich auch gerade nicht wegwerfen. Hier ist ganz viel Dingens. Wie sagt man hier? Nie die Dingens. Ja. Oh, ich wollte eigentlich Dingens heilen. Eigentlich. Ja, Viktor heilen. Aber hat Kyrillian dann schon gemacht. Wir können doch mal hier unsere Fernkampffähigkeit anmachen. Und denen ein bisschen mehr Schaden machen. Na, die einen habe ich jetzt gerade nicht mehr bekommen. Die einen Storm-Burban da. Wirklich gut treffen tue ich gerade auch nicht. Aber es reicht aus, um die Storm-Burban hier fertig zu machen. So, nächster Storm-Burban ist fertig. Den haben wir nicht bekommen. Dafür fehlt uns einfach noch die ganze Power. Leider. Naja, vielleicht haben wir bald genug Power, um die alle so wegzubekommen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh, das ist gar nicht gut. Ich bin hier wieder viel zu sehr am Rumschießen. Oh, eine Bombe. Nehme ich gern mit. Ich nehme auch mal hier das Dingens mit. Wenn wir in Verbündeten heilen, heilen wir uns selber. Das ist ganz nice. So, ich warte jetzt mal hier mit dem Gedöns. Aber, ich werfe eine Bombe hier hin. Das kann ich nämlich machen. So. Ich habe keine Munition. Das ist nicht so geil. Ich frage mal, ob die hier hochkommen. Das wäre ganz gut. Weil hier unten nämlich die Dingens ist. Konnten wir nachladen? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Wenn ich ehrlich bin. So, wir versuchen mal. Gleich eine Bombe wieder zu werfen. Eine kostenlose. So, wir können eine hier hinwerfen. Wir werfen eine zu Kuba. Wir werfen nochmal eine hier hin. Das sollte ausreichen. Ist auch noch ein Feuerfass runtergefallen. Das ist in Ordnung. Das würde uns auch ein bisschen helfen. Und jetzt kommen hier hinten nochmal die ganzen... Die ganzen Kleinen. Ja, ich muss sagen. Hier schnelle Spielstile finde ich schon ziemlich nice. Deswegen spiele ich auch so gerne Dingens hier. Handmade mit unseren Angriffsgeschwindigkeit-Talenten. Das ist auch so ein Favorit von mir. Also Handmade mit den Angriffsgeschwindigkeit-Talenten. So, da hinten liegen ein paar Münzen. Das ist ganz nice. Wir gucken mal hier oben. Ob es hier was gibt. Aber ich sehe hier gerade nichts. Das ist eine... Das ist eine Bubble. Wir haben die Bubble getroffen. Und dann ist sie explodiert. Weil Karellian das fast getroffen hat. Das ist... Das ist... Ziemlich gut gewesen. Das war schön. Ist ja auch nichts wirklich Dramatisches passiert. Wir sind ja... Sind ja hier alle zu viert unterwegs. Mal gucken, dass wir den Slagmonk bekommen. Kuba Ding, nice. Und dann müssten wir früher oder später auch hier mal die Kiste finden. Ich glaube ganz am Ende. So wie es gerade aussieht. Denke ich zumindest. So. Ich kann wieder mal boosten, damit wir die Bombe bekommen. Falls wir eine Bombe finden gleich. Das ist natürlich die andere Sache. So, irgendwo gibt es einen Assassinen. Ich spring mal runter, damit ich hier unten die Munition droppe. Der kommt von hier hinten. Okay, ist weg. Die Hookrate bekommen wir aber ganz langsam. Okay, oder auch nicht. Aber den Assassinen bekommen wir. Und dann die Hookrate hier. Ich warte mal mit der Bubble. Aber ich warte nicht auf die Gasrate. Ich will nämlich irgendeine Bombe bekommen, ganz schnell. Eine Bombe bitte. Nur eine Bombe. Verdammt. Gut, dann gehen wir mal zum Fass und machen das mal schnell. Vielleicht nicht auf diese Art und Weise. Ich glaube das Fass ist sogar getroffen. Jo. So, Krell ist oben. Alles gut. Dann kriegen wir mal schnell das Fass hier hinter. Schubsen die erstmal weg. Zweimal. Oder nur einmal. Oder nur einmal. Okay. Ich hätte gedacht, dass der zweite Schubs auch noch genug Reichweite hätte. Aber dem war wohl gar nicht so, leider. So, nachgeladen haben wir auch. Das ist gut. Wenn jetzt gleich was Größeres kommt, ein paar Specials kommen, können wir mal noch einmal reinschießen. Vielleicht kriegen wir noch einen Monster. Müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. So, ich gehe mal wieder hier hinter. Dann können wir gleich nochmal hier das nächste Fass nehmen. Aber, das letzte Fass lässt sich gerade ein bisschen Zeit. Ist aber in Ordnung. Oh, hier ist ein Chaosborn. Mal gucken, können wir dem so ganz auf Abstand bleiben. Ich glaube nicht, dass es ausreicht. Aber wir können hier mal gleich unseren Ult benutzen. Um dann ein bisschen mehr hier Fernkampfschaden zu machen. Wenn wir treffen. Das ist natürlich die andere Sache. So, und bon. Jetzt habe ich natürlich Gliktor getroffen. Ja, wir bekommen den ganz, ganz langsam hier mit der Muskete. Sollte man hier nicht nachladen, während der mich gerade angreift. Aber jetzt geht wieder in Ordnung. Ich bin gar nicht sicher, machen wir mehr Schaden mit der Muskete oder mit dem Chill, mit der Axt hier. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, Munition nehmen wir mit. Wir nehmen auch mal Heilung mit. Gehen mal hier nicht ins Gas. Das ist eine gute Idee. Wir holen mal hier die Gasrate weg. Okay, ist weg. Nice. Dann hier mal die Wettling. Und die, wie heißt das mal hier? Die Hochrate. Und dann hoffen wir mal, dass es langsam hier mal eine Bombe gibt. So. Eine Bombe bitte. Jawohl, Dankeschön. So, mal schauen. Hier oben. Hier gibt es natürlich nichts. Wir sind ja in einer Mission, wo es gar keine Gegenstände gibt, außer von den Bubbles. Sollte ich dran denken. Mach ich aber nicht. Mach ich zu oft nicht. Da hinten ist ein Amboss. Okay, das ist ganz gut. Den sollten wir mitnehmen. Wenn ich ehrlich bin. Obwohl, sollten wir nicht mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Das bisschen Power, was wir bekommen, wäre natürlich nice. Aber ist nicht so unfassbar nötig. Aber was wir machen können, ist das hier. Mal eine Bombe in den Rücken werfen. So, dann können wir uns mal hier um die Druckraten, die irgendwo ganz, ganz viel hin und her rennen. Ich glaube, die kommen alle von der Seite hier. So, eine habe ich. Zweite habe ich auch. Okay. Alles gut. Die Gasrate ist auch weg. Nice. Ich würde aber sagen, dass wir den Blauen hier nehmen können. Da unten. Wäre zumindest ganz nice, würde ich behaupten. Die Kiste wird am Ende sein. Das ist dann soweit in Ordnung. Wir gucken mal, dass wir den Stormwärm noch ein bisschen bekommen. Ja, so viel zu, dass wir einen Stormwärm bekommen. Wir können aber mal den hier machen. Wenn wir den Trank haben, sollten wir ihn auch einsetzen. Vor allem, wie viel Schaden wir gerade machen. Gut, holen wir mal was auf dem Schild. Vielleicht kriegen wir abglocken Kostenverkaufung. Das wäre ziemlich nice. Oh, haben wir wirklich bekommen und sogar Angriff geschnitten. Tja, das ist ziemlich nice. So, dann müssen wir mal gucken, dass... Okay, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wo ist denn die? Die ist da unten irgendwo? Okay, das ist ja interessant. Das hat die Sona nicht gehabt. Die wollen hier schon die Darklight-Mechanics machen. So wie es aussieht, die Gegner. Das ist ja ziemlich, ziemlich, ja, ziemlich übel, wenn sie hier wieder beginnen, durch den Boden zu schießen. Das haben wir in Darklight so oft erlebt. Diese eine Mission, wo sie dann immer wieder durch den Dingens geschossen haben. So, ja genau, die Tour wird am Ende spornen. Man hat gerade ein bisschen Angst gehabt, dass wir die Tour nicht bekommen. Aber die ist da hinten am Ende gleich. Zumindest größtenteils ist die am Ende. So, ich springe übers Feuer. Hot, hot, hot. Hat geklappt. Ich nehme ein bisschen Munition mit. Dann holen wir nochmal die Bubble hier weg, die irgendwo ums Eck fliegt. Oder ist die schon weg? Ah, ich glaube, die ist schon weg. Okay. So weit, so gut, dann können wir erstmal hier die Rückgratte wegholen. Dann die Bubble hier. Auffassen, dass hier nichts zu... Okay, nichts zu schlimm ist. Es ist draußen, es ist gut. Okay, jetzt kriegen wir erstmal eine Horde. Dann war es das wohl erstmal mit abwarten. Ich warte noch mit der Bombe ein bisschen. Ich versuche die mal nicht einzusetzen. Obwohl, komm, weg damit. Bis die Horde zu Ende ist, kriegen wir wieder eine neue. So, die Rattling ist weg. Das ist gut. Mal gucken, ob wir einen Fass da rausbekommen. Das wäre doch nice. Nee, sieht nicht so aus. So. Einen Assessin haben wir. Mal gucken, ob wir die Rückgratte bekommen. Nee, noch nicht. Okay. Alles in Ordnung. Ich sollte generell mal gerade mehr auf Special Sniper gehen, als hier vorne in der Horde zu stehen, wenn ich ehrlich bin. Aber nicht so eine genial große Hilfe gerade. Naja. Wird schon in Ordnung sein. Da ist noch irgendwo ein Assassiner. Habe ich gerade nicht bekommen. Hat uns... Hat die Elfe bekommen. Hat Grillin bekommen. Hinter uns kommt noch nichts. Ich habe jetzt gerade schon gedacht. Ich habe jetzt schon in Ordnung. Okay. Dann... Können wir... Ich nehme an den Zorndrang mit. Wir warten mal kurz, dass hier Kruba noch zu uns kommt. Mal gucken, kann ich die Gasrat hier bekommen? Wir warten mal, bis sie hochkommt. So, da kommt sie. Einmal getroffen. Und... Jetzt kommt sie zu uns gerade. Da können wir ein bisschen abwarten. Oder auch nicht. So, Double Bubble. Coins, Coins, Coins. Ja, die hören jetzt auch gerade nicht mehr auf. Gehen wir mal nach hier oben. Und... Äh, wir machen es andersrum. Wir machen es andersrum, muss ich gestehen. Wir tränken den hier. Werfen dann die Bombe dahin. Und dann nutzen wir das hier mal. Ich kriege gerade wieder zu viel hier Schaden. Okay, alles in Ordnung hier. Sollten wir in unserem Dingens bleiben. Und sollten die nächsten hier direkt wegholen, wenn sie spawnen. So, einen haben wir. Zwei haben wir. Da ist ein Fass, da müssen wir aufpassen. Müssen wir aufpassen, dass die uns hier nicht schlagen, so wie sie hier gerade rumzappeln. Oh, wie viel Munition hier rumliegt. So, oh. Oh, shit, oh, shit. Doop oder das hier? Einmal, ja, nicht zu sterben ist, glaube ich, ein bisschen besser als Doop. Ähm. Ja, ich schreibe mal ja und dann, ich schreibe mal, ob jemand den Doop hat. Ich warte nochmal ganz kurz, ob jemand den Doop hat, aber verdammt, wir haben drei gute Sachen. Doop wird uns, ja, wir könnten die Bombe dupen natürlich. Aber wir könnten auch hier Angriffsgeschwindigkeit. Verdammt. Ich gehe für das hier, tut mir leid. Tut mir leid, mein wunderschöner Doop. Tut mir leid. Ja, war vielleicht nicht die allerbeste Idee. Aber, wenn wir ein bisschen länger überleben, die Idee dahinter ist, dass wir die Bombe dann werfen können. Ich stelle mir nämlich, also ich stelle mich auch ein bisschen schwer momentan an. Hier mit dem, mit unserem Zwergen. Mit uns Baden hier. Das ist vielleicht ganz gut, dass ich hier das mit dem besseren Überleben geholt habe. So, wir können hier relativ flott nachladen, wenn wir einfach was treffen. Das klappt aber ziemlich nice. So, mal gucken, wenn wir die hier hochjagen, können wir die ein bisschen mehr hier ärgern. Und wir müssen uns nicht zu sehr darum bemühen, gerade ein wenig, beziehungsweise uns am Leben zu behalten. Zumindest, solange uns Dingens hier nicht wieder twiggert. Drei gute Sachen in der Kiste, sowas ist auch echt nicht so, nicht so häufig. Immer wieder schön. Die Qual der Wahl dann. Ja, Doop wäre vielleicht wirklich besser gewesen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir Doop vielleicht nochmal in einer der nächsten Folgen bekommen. Vielleicht bekommen wir es vielleicht nicht. Wir werden es sehen. So, wir haben 1000 Münzen. Das ist schon mal ordentlich. Okay, die ist weg. Die ist auch weg. Die Gaswatt ist noch nicht weg. Da fehlt uns einfach noch die Power dafür, leider. Okay, da war wieder ein Fass drin. Oh, ich möchte nicht im Feuer stehen. Nur ungern. Ich könnte es machen, aber mache ich nicht. Möchte ich nicht. Ich habe ja auch schon eine blaue Waffe hier. Wir müssen nur die Moskete ein bisschen höher hier drücken. Das sieht ja auch derpy aus hier, wie er so da steht. Oder, wie gesagt, da hockt. So, ich bin mir nicht sicher, von welcher Seite der Assassine kommt. Aber, das ist mir auch relativ gerade, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie kommt er schon zu uns. Ich glaube, zu Gruber. Oder hier runter. Jo, da oben war er gewesen. Da oben läuft auch irgendwo eine Feuerrad rum. Sobald wir die sehen. Man muss dran glauben. Oh. Wir gehen mal hoch. Ich glaube, oben geht ein bisschen mehr Action ab gerade. Hopp, 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 hopp. So, dann haben wir den Assassinen. Und dann kümmern wir uns mal hier um die Bubble. Dann wird Victor hier so gebacksteppt. Auch schön. Oh, hallo. Kleine, kleine Mini-Welle hier. Ist anscheinend hinten zwischen uns gespawnt. Zwischen den beiden Mates und zwischen uns. Sehe ich auch nicht so oft. Ich kenne das, wenn man nicht selbst holzt, dass die Gegner natürlich dann ab und an mal in besonderen Positionen ganz nah bei einem spawnen. Ich werfe mal eine Bombe mit dahinter. Vielleicht hilft das ein bisschen. So, okay. Da hinten kommt noch eine Ratte. Aber ich denke... Oh. Hier sind noch ein paar. Und hinter uns natürlich noch eine. Wobei wird hier gerade hart gebacksteppt. Victor wird hier entführt. Läuft wie angeschnürt. Läuft wirklich gut. So. 1200. Dann schreibt mal, ich habe 1, 2. Jetzt auf den Weg hier raus. Gruber brauchen wir noch ein bisschen. Dann holen wir noch mal... Dann holen wir noch die eine Dingens hier. Die eine Dingens hier und dann gehen wir. Die eine Feuerrate hier. 1 und 2 und 3. Okay, wir gehen jetzt hier raus. Ich habe keine Lust, hier von den Assassinen geassassistent zu werden. Ganz gemütlich hier raus. Lala. So. Bisschen was gab es da oben, glaube ich, auch noch. Nice. Dann. 1267. Okay, das ist... gut genug. Ach, verdammt. Jetzt können wir den einen Assistant hier noch wegholen. Okay, ist schon weg. Nice. Wir werfen mal das Fass hier weg. Ja, ja. Wir gehen raus, wenn wir genug haben. Oh, sorry. Das war nicht mit Absicht. Okay, ist noch ein Drang. Okay. Passt. Wir brauchen nicht unbedingt einen Lebensdrang. Wir können ja noch das Medikit hier mitnehmen. Oh, wir können auch eine Bombe wechseln, verdammt. Ah, jetzt habe ich die Bombe. Egal, was solls. Was solls. Player Pickup. Ja, ich komme hier nicht hoch. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Nice. Dann sind wir wieder ziemlich reich hier, wie einer der letzten, wie im letzten Run. Ja, wenn wir irgendwie hier sagen, nehmen mit und dann schalten wir wieder hoch durch den Chat, dann können wir das machen. Ich glaube, das wurde noch nie gefixt. Gamer Pickup ist auch in Ordnung. So, dann schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Und es gibt hier nämlich Zwietracht. Ich sage Zwietracht. Ich möchte eine Bombe. Dann können wir auch mal den... Dann können wir auch mal hier den Dingensier machen. Den Bombenzwerg. Ja, Doppelnörgel. Ist nicht so, als hätten wir eine Chance. Ist ja nicht so, als ob wir nach hier oben gehen könnten. Es wäre cool, wenn wir nochmal zurückgehen könnten. So alle Missionen mitnehmen. Das wäre schon... Das wäre cool. So, was haben wir hier? Wir haben kritische Kraft und wir haben Begegungsgeschwindigkeit. Ja. Hört sich beides nicht so geil an. So, wir holen uns die Bombe. Und dann gucken wir mal, was wir noch holen. Wenn wir keine Munition mehr haben, kriegen wir Kraft. Ja, nein. Danke. Wenn wir trinken, kriegen wir den Effekt... Wisst ihr was? Wir sparen uns das Geld. Wir upgraden mal die Handgun. Auf Orange. In der nächsten Folge werden wir einen natürlich finden zum... Upgrade zum Orange. Und dann... Ja gut, ich werde mehr Grimly jetzt nicht holen. Und dann... Werden wir als nächstes, wenn wir die Handgun geupgradet haben, vielleicht dann unsere Nahkampfwaffe upgraden. Ja, das ist zumindest der Plan. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Und ich hoffe mal, dass meine Sprachkünste in den nächsten Folgen besser werden. Und ja, bis dann. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Vielen Dank.